Part Nr. 18 im Let's Play zu Pokémon Sonne und Mond und ja, ihr seht, ich stehe wieder hier. Das Problem war, nach den letzten zwei Folgen spielen nach Part Nr. 17, muss ich mal ganz dringend auf die Toilette. Ist ja soweit nichts weiter tragisch und... Ich habe dabei aber leider übersehen, dass der 3DS schon, naja, die Batterielizing schon am blinken war. Und was passiert natürlich, wenn du ein paar Minuten auf dem Klo bist und dann kommst du zurück und der DS ist bereits abgestürzt. Das hat natürlich nicht gespeichert. Da ist, muss ich nochmal den letzten zwei Parts nachspielen. Ich hoffe, ich habe alles so gemacht, wie es bereits war. Ich habe auch nochmal Mild Tank gefangen, genau. Insofern müsste, glaube ich, alles so sein wie zuvor auf dem Level her. Ich habe Relaxen noch Normium Z gegeben, das ist gleich noch anders als vorhin und mit so einer Normium Z. Aber Retos hat auch Kraftreserve-Experten-Gurt wie gehabt. Ich kriege aber jetzt noch eine Skoplinse auf, sondern wenn es auch mal ein Item trägt und daher... Ja, würde man sagen, können wir so weit oder weitermachen. War auch noches, aber ich habe es so weit gemacht, wie wir es kennen. Nichts anderes, nichts Neues, einfach nur so wie gehabt. Und äh... Mal gucken, was wir hier noch haben. Aber erstmal muss ich meine Pokis heilen gehen. Was ein bisschen schwierig werden dürfte sich gerade. Äh... Slime-A-Domi... Und die sind ja auch schon gut trainiert und ich denke mal ein Dranke, weil es reicht schon. Und dann mal gucken... Wir beide möchten dich zum Duell herausfordern. It's time for Duel! Es wird Zeit für ein Yu-Gi-Oh-Match mit Poké-Bällen. Trainer-Hoffnungen, okay. Ach ja, die Babyvögel der fünften Gen, wa? Ich weiß ja auch so, deren Entwicklungen kann man in Sonnermond fangen. Also natürlich auch die Vorstufe und so... Alter leckt das gerade. Naja, ist halt normaler 3DS, nicht der XL. Und vor allem nicht der Yu. Äh... Genau, Geronimatz, Skulli kann man hier fangen. Ich glaube Geronimatz nur auf Sonne und Skulli nur auf Mohnen. Richtig, dass ich in Erinnerung habe. Okay, bei uns nochmal Flug. Ähm, spielt daher keine grosse Rolle, was ich einsetze. Ich denke mal... Ich gehe... Natürlich aber wieder mal in die Offensive. Überweiden direkt, so. Pflücker. Boah. Ja, nee, ist klar. Der Giftgriff. Das ist irgendwie so krass, wa? Aber der Giftgriff selbst vergiftet den Gegner normal. Dann habe ich natürlich noch einen Giftzahn, der die Gegner toxisch vergiftet. Also... Slime ist da schon... Ja... Nicht schlecht. So, komm, das Viech ist ja Unlichtflug. Ich setze erstmal Durchbruch ein. Ich weiss, er hat auch einen Z-Move einsetzen können bei den Z-Attacken. Ganz ehrlich, er regt mich langsam diese Animationen auf. Jedes Mal diese... Schon wieder. Also, du... Wegen der Giftzahn. Leckomio. Er ist halt toxisch vergiftet. Tja. Ja, wegen Z-Attacken diese Animationen stellen. Ich meine... Es gab ja auch schon eine Milgentwicklung. Da haben sie das besser gelöst. In der Mega-Entwicklung Z-Move... Äh, Z-Move. Eine Animation bei der Mega-Entwicklung. Kommt halt einmal pro Tag vor. Oder bei einer neuen Entwicklung. Kann irgendwie so triggern. Ansonsten... Ist halt nur die Kürz-Animation da. Und es geht auch schnell und so. Ist ja auch eigentlich... Sind das auch mal Z-Attacken immer die ganze Prozedur. Eine so übertriebene Animation dargestellt. Gut, ich meine, muss schon sein. Aber... Ist einer rumgezappelt und so. Da könnte man eigentlich... Wäre man lieber, wenn man sich da... Das sein lassen würde, könnte. So... Da kann ich mal gucken. Die Team Scully ist erwähnt. Da kann man sowieso nicht lang. Genau. Wenn noch hier unten einer der Route 5 cap nicht mehr so will. Und ich kann ja sowieso erst später fighten. Mal gucken, was Bisbock sagt. Offenbar nix. Hm? Aber den Bisbock will er mich herausfordern. Dieser Typ ist ja ziemlich bissig. Ich würde sagen giftig. Wir müssen jetzt einfach einsetzen. Paras, Paras, Paras! Ja, dann kriegst du Paras. Äh, Käfergift als Gegner. Was macht man da? Denk mal Biss. Wir müssen noch weiter ran. Ja, ich würde sagen. Warte mal. Was ist denn Pflanzenkäfer oder so? Paralys, hier machen wir nicht viel zusammen. Sowieso meistens langsamer. Ich muss den Full-Power gleich kriegen. Naja. Offenbar ja nix. Arras! Noch ein Käfer. Werden wir mal langsam zum Auftritt von Nomi. Oh oh. Das war's. Tja. Level 15 Nachnebel ist ja noch klar. Sieht 15 KP ab. Das war's für unseren Zweimal. Tja. Schnabel! So viel zu der Spinne. Tja. 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 Ja da stimmt. Tja. Stimmt. So. Aber es war immer noch nicht der letzte trennende Routefreunde. Leider geht es nicht. Sollen wir ihn kurz rüber schieben. Hat es ja genug nötig, wie ich das sehe, aber egal. Alter, schon wieder eins. Das gab es einfach nicht, hey. Es ist echt, also... Ich bekomme hier die wilde Krabboxen häufiger als eigentlich der Fall sein soll. Krabboxen, das kenne ich mir so, weil ich nicht an eine Dünnerbude gehen würde und sagen würde. Hey, ich habe gerne eine Dünnerbox. Heute hätten wir noch ein spezielles Angebot. Krabbox, okay. Wäre mal eine Idee, was? In so einem Dünnershop eine Krabbox anbieten. Ja, Pommes mit Shrimps. Wäre nicht... Ja gut, ja nicht ganz. Wäre eigentlich eine Shrimpsbox, aber... Egal. Äh, der falsche. Der hier ist es. Es ist der Herr Kamm. Ist zwar eine ziemlich intime Stelle, Domi. Wüsste ich eigentlich selber, aber gut. Ja, was ein ganz braver Domi. Ja, da freut er sich. Können wir noch ganz kurz hier Slime heilen? Hey! Da kein Bock, ich schläft lieber. Immer diese faulen Pokémon. Pisschenbären. Dankeschön. Ja, das sind Bären. Vielen Dank. Also wir haben schon ein bisschen gemerkt, dass jetzt auch hier mit den Bären und so weiter... wie bereits wenig auch Pokémon Sonnermittweil durchgespielt. Zumindest die Hauptstory. Haben sich mal so überlegt, dass man damals mit Oras noch so eine Funktion hatte. Vor allem natürlich bezüglich halt... Ja... Nicht nur hier durchs Spielverlauf durchzocken und so, sondern auch ein bisschen Kompetitiv zocken. Es ist natürlich schon einiges anders. Wir können dort mit den Hytera 100 Prima trainieren. Wir hatten ein super Training mit den EVs. Grandios auflocken und so. Also sprich Hordenkämpfe. Waren sowieso auch Imba. Und ja... Klar, hier kommt nur das mit den EVs hinzu. Was eigentlich eine geile Ergänzung ist, aber der Rest alles fehlt. Auch das mit den Bären, ne? Da hat's da deine Bärenfelder. Klar war ja Höhen, oder? Von dem her aber trotzdem Bärenfelder halt noch so. Ja, weil man konnte es vor allem auch für so EV-Bären zum Verlernen. Aber das... Irgendwie da fehlt hier alles. Und ich meine nicht so nett, aber das irgendwie... Na gut, ich meine, wenn man's mal so überlegt. War mit XY damals... Das erste Gen wurde eingeleitet mit XY. Da hatten wir das eigentlich auch vieles noch nicht. Was nachher in ORAS noch ergänzt und verbessert wurde. Hatten wir ein XY? Klar, super Training. Hatten wir schon, okay. Aber... Die meisten anderen Funktionen... Die kamen echt erst dann... Mit ORAS. Wenn man so bedenkt. Okay, seit der Generation jetzt eventuell noch... Eine spezielle Edition. Pokémon Sterne, etwas in der Art. Oder aber es geht doch schon direkt weiter mit den Remakes. Wenn... Wer wäre in dem Fall dann wohl Diamanterperlen. Was, wie ich finde, ziemlich sicher ist, dass die kommen. Da können wir später noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ein bisschen eigentlich, wenn wir das Spiel durch haben. Ja, wenn die Hauptsache durch haben. Da ist es schon... Aber ich kann mal erst mal überlegen... Da, 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 da... Da, da, da... Da, da, da... Da kann ich es euch jetzt kurz erzählen. Da geht es eigentlich um das Thema... Wie erkennt man, ob es einen Remake von der Generation gibt? Da ist immer so eine Sache. Ob man das ein bisschen erkennen kann. Natürlich indem halt irgendwie NPCs von einer Generation auftauchen. Das wäre eine Variante. sind hier aus der vierten gen die wird auch noch einen auftritt haben aber insofern auftritt wie andere sie auch haben hier sprich andere aus anderen generationen zum beispiel auch rot und blau werden noch auftreten ein bisschen später insofern ist nicht nur ein eindeutiges indiz was mich da mehr wundert ist halt wegen den startern man kennt es ja starter wann wie kann man die fangen vermehren pro generation also pro spiel oder muss man irgendwie etwas besonderes machen muss man die rüber transferieren etc etc gut ich meine wir hatten in der ersten gen können wir schon relativ viele starter kriegen mit transfer natürlich auch noch und so und ich habe sowieso dort bei oras und pokédex vibe voll also insofern brauche ich jetzt eigentlich in der zweiten gen keinen weiteren starter aber es gibt trotzdem noch so ein paar tricks also tricks funktion sag ich jetzt mal und zwar erst mal alles klar siebte genation siebte start genation dem haben wir hier ok das soweit logisch ein fruboll sollen wir ihm dafür ein jahr greift hauschen muss irgendwann haben ja hier ein fruboll ach nee warte mal nein ich trottel ja gerade fruboll irgendwie im hinterkopf sagt es mir gerade etwas aber ja fruboll ist ein pokémon was ich in sonne trainiert habe eigentlich ganz cool ist und so weiter aber ich wills hier eigentlich nicht auch noch trainieren deswegen verzichte ich drauf wobei eigentlich fruboll plus entwicklungen sind vor allem physischen angriff verdammt stark als physische angreifer krass plus zwei entwicklungen johmann fruboll ist da man eigentlich start da also denk mal gehen wir ganz kurz durch erste generation start ist ja sowieso kein thema weil die können wir aus xy tauschen oder sogar wenn dann pokémon bank noch kommt über rot blau und gelb insofern brauchen wir da ja wo geht es überhaupt und bar schwa leben oh bar schwa da wäre eigentlich ein auftrag für kai natürlich also binutig ist ein lieblings pokémon deswegen ist damals erzählt dabei pokémon sonnenmond dass er hatte auch da unglaublich angegangen bis er noch mal ein barsch war hatte sogar mir mit quasi perfekten weseln und so und sofort das wäre mir zu mühsam gewesen aber ist ja okay erinnern der ersten generation kamen ja so übertauschen dann deswegen gab es hier rot blau und gelb gerade an erstes 20 jährigen jubiläum zum pokémon okay so eine generation die können wir nach der haupt story sogar fangen hier ist so ein bisschen sag ich mal mühsam was geht insofern auch da eigentlich kein problem man kann die fangen okay schon wieder ja es fuhr wie gesagt es sind plus entwicklungen sind eher physisch physischen angriff und es wird auch mal ein hartes wesen ich werde wahnsinnig hey aber mal die fähigkeit hallo hallo so probleme ja das wenn man sonderschein oder irgendwie mega gut y hat okay kann man es einsetzen sonst wäre jetzt nicht zu der fähne von der schickstrotz mal hier in die box nummer 8 das ist so meine kampf legi special box jetzt mal sowieso trainieren genau die sind uns mal dahin ja war stehen geblieben die 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 wasser prüfen so also an war die war spannend genau die war eigentlich noch cool also erst generation haben wir als erste start generation bekommen wir ja so die bau blau und gelb zu noten in über xy die generation können wir hier fangen die generation sei ich auch klar ist ja aus oras können auch so übertauschen direkt also natürlich pokémon trotzdem geht es vierte generation die fehlte da sprich schelast kann flammen blinther schelast kann flammen blinther ja aber gleich weiter erst mal hier wieder ein bisschen mit tracy quatschen hallo mein name ist tracy ich bin der captain des plätscherhügels bis jetzt noch einen fähigen trainer aus dessen um mir bei der sache zu helfen und klar doch fein feiner folgen bitte okay wir sollen tracy folgen sollte das mit der prüfung nichts genau viele schenken wir also momentan noch nicht irgendwie fangen die da auch in der sessischen generation ist sprich also müsste einen grüber tauschen aus früheren spielen ja wir natürlich auch dann nächsten punkt der tagesordnung fünfte gen die können wir auch fangen ja doch ist ein bisschen anders als die zweite generation aber wir können die auch fangen hier in sonnen mond okay die sechste gen logisch gibt es nix y können wir so übertauschen die siebte gen haben wir hier auch das heißt wirklich wenn man die starter die man in der sechsten und siebten generation fangen kann also betrachtet haben wir eigentlich nur die vierte die fehlen deswegen für mich ein indiz dafür okay vierte generation fehlt die kommenden remake deswegen gibt es ein remake das momentan für mich eines einzige eindeutige indiz dafür dass es überhaupt ein remake von der vierte generation geben wird also sprich eine ahnung was kann man bei diamant und perl noch dazu nehmen warte mir alle feuerruhe blatt grün das ist ja was aber wo natürlich war genau feuergrün feuerruhe blatt grün feuergrün dann zweite gen war ja hart gold soul silver dritte generation war in oder sprich um in grubin alpha saphir was könnte man bei diamant und perle schien perl oder so etwas keine ahnung wenn ich irgendwie edelsteine noch maximieren will von dem er die mannen perlen maximieren will naja wenn wir sicher in einem maximal zwei jahren noch herausfinden wie das ganze heissen wird und natürlich auch ihre funktionen wie gesagt ich fand eigentlich das ganze trainingsprozedere oder ich mal z kraft geht es schneller hier aus der ersten gen vor allem oras fand ich so genial zum trainieren was da echt noch gefehlt war irgendwie die dvs explizit trainieren was können wir hier auch mit den ganzen grundkorgen hast du nicht gesehen das geht hier ja geil aber der rest dafür fehlt irgendwie und daher kann sich auch überlegen ok wir nehmen eine pokémon in oras tauschen nach rüber und max mini dvs okay das geht hier für die ersten sechs generationen auf der city chain geht das nicht was machen wir da so ein pokémon so klar man kann sich anders trainieren um oldschool mässig schon fast aber trotzdem der sos battle ist wegen e-faus aber ist halt einfach doof wir finden deswegen hoffen wir wirklich dass das wieder zurückkommt in diamant und perle also remake logischerweise äh ansonsten wissen wir noch irgendetwas was ich sagen wollte müsste mal kurz überlegen ein ton ein wenig in die fahrzeuge jetzt bis gefühl ich hoffe es wird nachher noch abgedatet jetzt mit dem aktuellen dv trainingssystem geht es eigentlich nur ent empfangen trainieren kein bock drauf äh geht es eigentlich nur darum dass man halt die dvs maximieren kann im prinzip ist die option entweder ein wert maximieren oder alle werte maximieren ist ja schon cooler was mache wenn ich halt bezüglich äh ja kraftreserve zum beispiel ich will einen bestimmten typ aus kraftreserver haben dann wäre es halt geiler wenn ich die dvs einzeln auswählen könnte sagen könnte ok ich will auf den werte 0 dvs an ich will auf den 10 dvs an und eben maximiert haben 31 so jetzt haben wir da wieder sos battles wie gesagt ist eigentlich cool und so weiter naja mal ganz kurz erholen sos battles auch wie gesagt prinzip finde ich schon cool aber dass man da ja ja wenn ich jetzt halt irgendwie soweit bin und sagen nicht mit pokémon fang ich will da nicht eva drinnen sondern shiny daraus kitzen und so dann ist es mühsam ich muss immer ein pokémon dann killen und das andere auch noch und das ist echt doof warte mal ich mache es mal anders ok das erste end dann das zweite setze ich halt nachher das andere ein auch nicht dankeschön die kratz aua die kratz aua die kratz aua das ist doch übertrieben neu ja mann fulminante ausschläge das ist doch übertrieben neu in your face alter enton 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 ja das arme enton 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 die schnennen da ist die tracy schau mal da rüber ist sie das ja laprasken und rufen geumann jetzt kann ich es hoffen also dabei können das im wasser haben wir dann so aufwärmen keine ahnung erstmal noch ein bisschen fighten x-special wassertrainer klüger wenn ich da ein wasser pokémon einsetzen könnte ich weiss relaxen ein bisschen hinterher und ich will aber relaxen nicht trainieren dann kann ich noch das effektive fangen wegen der zurückhaltung oder wegen goldenen zeiten und so noch und vor allem ist es ein geiler spezieller tank deswegen ist es nicht nötig zu trainieren und wenn es nicht aktiv um dann eher passiv training ach du scheisse ja liebe grüße aus der ersten generation es ist dann toll was hier aber keine vergessen gefeuer flug schnabel job gehen kraftreserve ist ja eis hier bei apuretos doch lieber mal marie cake ein ich bin voll treffer langst goblins glaube ich trottel da hat hier natürlich ah da hat hier ist noch die erste stufe nein das wäre bloß entwicklung immer ein feuer flug da hat hier ist ein normalflug ah ja die farbe hat voll verwirrt mal sie ist anhand der farbe was ein typus pokémon hat wenn ich es annähert aber ja ist ein normalflug tschuldigung äh normalflug elektrogestein fehlt mir alles noch aber halt aber etwas cool warte mal da tier level 15 noch bereits glute oder das ist wahnsinnig gar kein feuer typus aber keine feuerattacke ist klar das ist mich lernt selbst so machen wir den auch noch die 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 angeweisenden weg nicht nur den sitz über pokémon sondern auch zum siegerlich selbst wow ein poet was ist denn hier bloß los der tscheden tscheden yuki oder was quapsel oh quapsel eigentlich noch ein recht übeliches pokémon war quapsel und ich schlitz dich weg oh blub 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 ey man ich bin ein cooler amorettos mir macht das nichts sag ich ja und ich komm mich einfach nicht an yo so ist es ja auch so ist es ja auch sehr gut leute wir haben sonst keine trainer hier würde mal sagen wir mal finden für susi in essepaar machen wir also hier ja es ist die wasserprüfung als leeres wird rein hier auf der insel machen wir die mal die werden wieder gut in einer folge durchkriegen die werden wieder gut in einer folge durchkriegen ähm ja ich bin froh das relaxen noch habe weil ja je nachdem hier das herrscher pokémon könnte nervig sein ne ich sag jetzt mal könnte aber ich letztes mal bei hala dachte ich auch so ja da hätte ich in pokémon so auch nicht so problem damit hätte man fast das ganze team also wenn es zwei pokémon gekillt aber hier wo ich nur zu dritt angetreten bin überhaupt nichts gewesen drei gegen drei naja ist halt mal so mal so war vielen dank bis zu sehen freunde und bis zum nächsten mal hier bei pokémon sonne und mond tschau zäme